Halli Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Overwatch diesmal aus einer äh etwas andere Perspektive und zwar aus meiner Mia Joshua Wengen 2012 ich nehme auch mal auf ich möchte direkt zu Anfang sagen ich bin ein extrem passend viel mehr passiver Spieler passiv spielender Spieler als äh als Schreiber Flina heißt die Spiel zurückhaltender also nicht Wunder wenn man die Klingel ja 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 Zeit 2 2 2 3 2 8 2 1 1 2 1 2 2 2 2 4 Leben halten. Wollte ihm gerade die Heilung geben. Jetzt war ich schnell tot. Wiederholung führt zu Vollendung. Gut, äh, nixer Versuch. Warum war ich denn jetzt auch immer so schnell tot? Ich bin gefragt, sicher an Ihrem Bestimmungsort. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ohohoho 1 Stunde hat geschlafen Mach her! Wettel dich nicht für eine Heilung brauchst. Einfach jetzt! Spürt die Heilende Ruhe! Man, ich hab doch getrunken! Nice! Nice, nice! Das ist nicht gut! Oh, ein Highlight mit Zenyatta? Nice! Spürt die Heilende Ruhe! Ich weiß nicht, warum das ist ein Teil, aber auch okay, soll man recht sein. Ja, da darf man sich auch mal nicht geben, denn Reinhard hat das das war 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 der kurze Folge war werde ich jetzt noch eine schön dranhängen das war wir suchen dann mal ein neues Match Genji ja das ich weiß nicht, wie lange dauern wird ich könnte durch die Editors gilt das jetzt für euch in einem Wimpernschlag zeigen machen lassen es ist doch das Beste ähm wir sehen uns dann wieder sobald die sobald eine neue Runde gestartet hat bis gleich ok, da sind wir auch schon wieder zwei Sekunden nachdem ich gesagt habe ich habe die mir die Aufmerkungen gebrochen hat kommt Numbani gut wir verteidigen da kommt ja jetzt Freude auf bei mir ähm auf Numbani ähm das Spielwerk hat nichts dazu geschafft zu haben wir haben keine Heiler drei Offensive, zwei Defensive, ein Tank eigentlich wäre es gut, wenn Tracer wechseln würde Riefer ist stark wie McCree na je nachdem wie sie spielen wenn wir halt mit ein paar Karten wechseln die vielleicht nochmal auf den Jaffer es ist Zeit zu handeln ihr würdet übrigens vielleicht äh merken, dass mein Control ein bisschen broken ist wie jetzt zum Beispiel dass er einfach mal links zieht das ist extremst nervig hey und das wird öfter passieren sehr öfter Angreifer in 30 Sekunden erwartet normalerweise wäre ich jetzt nicht so, wenn ich jetzt auf mir wäre ich jetzt nicht so machen, dass äh ich hab schon der Karten aufnehmen weil das ein bisschen doof ist ich hab schon mit Angriff verteidigung auf einer Karte machen hier werde ich jetzt eine Verteidigung aufnehmen dann werde ich jetzt eine Verteidigung aufnehmen dann werde ich nochmal aufnehmen mit den nächsten Verteidigungen dann werde ich mal gucken, dass äh wie das sich so alles entwickelt ich äh Carry on erstmal hier mit Playing ok, die haben einen Bastion das steht schon mal fest ich geh mich jetzt mal hier hin ok, äh Maiden den Teufel Soldier, Genji, Hanzo und Widowmaker ganz interessantes hier schon ich warte jetzt erstmal hier, guck mal ob man bemerkt Nun das ist nicht vielleicht das Lauf du 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 3 Lechbüchse eliminieren die die Idee an das Spiel das hat vollbracht und so haben sich nicht gut ich bin entschuldigt zentschuldigen falls man einen Hund im Hintergrund hört mehr ein paar beiden moin moin wir haben auch die Tracer jetzt 3 Ich kann mich nicht hinter sie kaputtieren, Mist. Ähm. Versuch mir das mal anders. Okay, sie hat in die Position gewechselt. Das ist wiederum sehr schlecht. Das große Problem ist, wo der Mekers Ultifolk zu kriegen, ist nicht so schwer. Jetzt ist es einfach schnell. Wow. Da ist doch ein Hanso, dass ich da bin. Ähm. Da schießt ein Hanso. Ja, wir brauchen einen Heiler. Ich weiß, ich weiß. Was man gegen Hanso so anstellen kann. Ja, klar. Aus den Schatten. Oh, oh. Ich weiß nicht, was ich da bin. Da muss ich mal eben. Vollheilen. Man nennt mich McCree. Ich weiß nicht, dass ich nicht vollheilen. Okay, er ist am Boden. Unser Hanso ist echt gut. Da ist Genji. Die Schlinge lebt sich um deinem Hals. Die Schlinge lebt sich um deinem Hals. Die Schlinge lebt sich um deinem Hals. Ich weiß nicht, ob ich das Leben schwer machen kann. Jetzt gibt es eine Akkulung. Die Schlinge lebt sich um deinem Hals. Das war es für den Kurs. Ja, das war es für den Kurs. Das war es für den Kurs. Ich weiß nicht, ob ich es war. Das war es für mich. Ich weiß nicht, ob ich es war. Der Kurs hat nicht mehr machen. doch ganz gut da ist es auch ein Problem der Riepelt gerne der Berger Prozent die Standart Charakter vorstellt da g er ist das muss unser Leben sein ja er kriegt war hat man nicht mich nicht mehr dass den leid geben es kommt immer so ein bisschen ich gebe sie doch mal wieder reinhardt und beende damit die folge wir gucken uns noch an was ich sogar geschafft haben dritter naja schick voll voll von uns ja nicht gold gut und verarschen dann bis gleich bis zum bis zum angrall angriff wobei nein das kommt der nächste folge herrnicht wieder da wird bis zum nächsten hat auch wiedersehen